Hallo, mein Name ist Apis Mellifera, aber ihr dürft mich auch gerne Melli nennen. Ich habe leider ein ganz schön großes Problem, wobei ich dringend eure Hilfe brauche, doch dazu später mehr. Wichtig ist, dass ihr mich nicht verwechselt. Ich bin eine Honigbiene. Bei den Bienen gibt es aber auch noch viele andere Arten, die sogenannten Wildbienen. Anders als die Honigbienen leben die meisten Wildbienen alleine. Ich dagegen lebe mit vielen anderen Honigbienen zusammen. Zu meinem Volk gehört die Arbeiterbiene. Ich bin auch eine Arbeiterbiene. Alle Arbeiterbienen sind weiblich. Das Oberhaupt unseres Volkes ist die Bienenkönigin. Sie ist ebenfalls weiblich. Natürlich gibt es auch männliche Bienen. Sie werden Drohnen genannt. Wir alle gemeinsam stellen das Volk und leben gemeinsam in einem Bienenstock. In diesem Film geht es deswegen nur um die Honigbiene mit allen Mitgliedern eines Volkes. In den letzten Jahren sterben leider viele meiner Freunde. Das ist nicht gut für unser Volk und macht uns sehr traurig. Passt gut auf, denn dass meine Freunde sterben, ist doch überhaupt nicht gut für euch Menschen. Kommt, wir finden gemeinsam heraus, warum so viele Honigbienen sterben. Ja, die Honigbiene ist wirklich wichtig für uns Menschen und wir müssen froh sein, dass wir sie haben. Klar, sie liefert uns leckeren Honig, den wir dann morgens auf dem Toast oder unseren Tee genießen können. Doch das ist nicht der einzige Grund. Insekten sind dafür verantwortlich, dass wir leckeres Obst wie Äpfel oder Birnen haben, aber auch für Gemüsesorten. Albert Einstein soll einmal gesagt haben, wenn es keine Bienen mehr auf der Erde gibt, hat der Mensch nur noch vier Jahre zu leben. Das bedeutet, keine Bienen mehr, keine Bestäubung mehr, keine Nahrung mehr. Doch wie schaffen es, die kleinen Bienen für so viele Pflanzen verantwortlich zu sein? Das funktioniert so. Stell dir einmal vor, du stehst auf einer Wiese mit vielen großen Apfelbäumen. Im Frühjahr sind die Bäume voller bunter Blüten. Der eine Baum hat rosa Blüten, der andere Baum blaue. Von den bunten Farben wird eine Biene angelockt, denn in den Blüten ist leckerer Nektar versteckt, den die Bienen als Nahrung benötigen. Die Biene fliegt zuerst an den Baum mit der blauen Blüte. Während sie den Nektar sammelt, streifen ihre behaarten Hinterbeine an den Pollen und diese bleiben an der Biene haften. Die Biene fliegt nun weiter zum nächsten Baum mit den rosa Blüten. Dort vermischen sich die Pollen der beiden Bäume. Dieser Vorgang nennt man Bestäubung. Aus den bestäubten Blüten können nun leckere, bunte Äpfel wachsen. Dies geschieht aber nicht nur bei Äpfeln, sondern auch bei vielen anderen Pflanzen unserer Erde. Nun stellen wir uns aber die Frage, warum müssen die Bienen überhaupt sterben? Das liegt vor allem an uns Menschen und wie wir mit unserer Erde umgehen, denn die Probleme sind fast überall auf der Welt dieselben. Besonders die Landwirtschaft schadet den Bienen. Wir pflanzen Monokulturen. Das bedeutet, auf großen Flächen wird nur dieselbe Art von Pflanze angebaut, beispielsweise Raps. Da die Biene nicht so weit fliegen kann, findet sie nur noch Raps-Nektar zum Fressen. Zusätzlich haben die Bauern Angst, dass durch andere Insekten die Ernte zerstört wird. Deswegen sprühen sie Insektizide auf ihre Felder. Insektizide sind Substanzen, die gezielt Insekten töten. Neben der Landwirtschaft sind für das Bienensterben auch noch die Städte verantwortlich. Durch große Gebäude und Straßen werden Grünflächen zerstört, sodass unsere Bienen auch in der Stadt kaum noch Nahrung finden. Dabei würde es ihnen schon sehr viel helfen, wenn wir auch in der Stadt Bäume, Sträuche und Wiesen anpflanzen würden. Auch auf dem Balkon oder im Garten freuen sich die Bienen über viele unterschiedliche Pflanzenarten. Zum Selberanbauen eignen sich besonders gut Küchenkräuter wie Lavendel. Finden die Honigbienen ein abwechslungsreiches Pflanzenangebot, stärkt das ihr Immunsystem. Das ist ähnlich wie bei uns Menschen. Ernähren wir uns gesund und abwechslungsreich, geht es uns super. Ist das nicht der Fall, werden wir krank. Ist das Immunsystem der Biene geschwächt, haben die Feinde der Biene leichtes Spiel. Denn auch Insekten können von Bakterien, Viren oder anderen Feinden wie Spinnen angegriffen werden. Besonders problematisch ist die Varroa. Die Varroa ist eine kleine Milbe, welche als Parasit im Bienenvolk lebt. Sie ist nur 1 mm lang und ca. 1,6 mm breit. Ausgewachsene Milben klammern sich an die erwachsene Honigbiene. Für ihre Ernährung saugen sie am Blut der Biene. Durch diese Mitbewohner wird das Bienenvolk stark geschwächt und viele Bienen sterben daran. Das waren nun ganz schön viele Informationen. Deswegen noch mal kurz zusammengefasst. Die Bienen müssen sterben wegen uns Menschen. Denn wir pflanzen in der Landwirtschaft vorwiegend Monokulturen, wodurch die Bienen keine artgerechte Ernährung erhalten. Zusätzlich werden Insektizide auf die Felder aufgebracht, um einen größeren Ertrag zu erzielen. Zusätzlich wird den Bienen durch den Städte- und Straßenbau wichtigere Lebensraum weggenommen. So finden sie nicht mehr ausreichend Nistplätze. Das ist ein besonders großes Problem für wild lebende Bienen. Als vierter und letzter Punkt steht die schwache Immunabwehr der Honigbiene. Durch eine ungesunde Lebensführung wird das Bienenvolk geschwächt. Die Biene kann sich nicht mehr ausreichend verteidigen und es müssen ebenfalls Unzählige sterben. Nun hast du herausgefunden, warum ich so dringend deine Hilfe brauche. Da findest du auch eine Lösung für mich? Denn nur mit deiner Hilfe kann ich es schaffen zu überleben. Rede doch mal mit deinem Sitznachbarn, Lehrer oder Lehrerin darüber. Gemeinsam seid ihr stärker. Viel Spaß und bis ganz bald. Eure Melli Sitznachbarn.